dass ich mir die Fertigkeiten durchlese und ja, mach, hört ihr euch das neue Wissen an. So, ist schön, jetzt machen wir das Herz mal kurz kaputt. Ja, viel abgekommen sind wir von der Arena nicht, hier ist alles schön blutig. So richtig geil atmosphärisch. So, machen wir das Herz kaputt. Pam, schon ist es hin. So, dann müssen wir wohl hier hinab. Tötet Asmodan im Herzen der Sünde. Jetzt bin ich gespannt, wie weit das wir laufen müssen. Ah, der Kern der Aread. So, dann kämpfen wir uns hier weiter durch. Dann haben wir heute auch schon wieder ein Ding zerlegt. Ein Boss, der doch um einiges einfacher war. So, die Sokobus, die geben nicht auf. Die gehen einen immer noch auf den Sack. Wieso auch immer. Ey, was soll der Kerl? So. Jetzt bist du hin, da weiß jetzt auch nichts mehr. So, ein mächtiges Schild. Ein leerer Sockel. Nehmen wir so einen Grünstein. Ich bin mal wieder für den Einhänder. Den wir natürlich auch sockeln können. So, ein bisschen weniger Leben haben wir jetzt. Aber sagen wir so, Schaden haben wir 20 mehr und Schutz 4,9%. Also das rentiert sich, glaube ich. So, Einhandwaffe. Äh, die hat den Schaden nicht. Haben wir noch was? Nö, sieht nicht so aus, dass wir noch was Interessantes hätten. So, jedenfalls sind wir gut gewappnet. So. Aha. So. Dann geht's hier weiter. Dann gucken wir hier mal rum. Oh. Ich seh jetzt schon den Pfeil. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir jetzt schon den Pfeil sehen, dann werden wir bald bald auf was Neues treffen. Das geht noch nicht. So. Auf die Lebensenergie greife ich mal, wenn ich jetzt schon mehr Schutz hab. Also das muss man in naher Relation sehen. So. Hier ist jetzt gut Ruhe. So. Ein Helm noch. So. Der Helm ist scheiße. Ja. Endlich ein Schulterpolster, das uns helfen kann. So. Aber natürlich wird der durch unsere Hand sterben. Was soll denn das für eine Aussage sein? Der kommt da nicht rumrum. Für das bin ich jetzt schon zu weit gekommen, dass ich jetzt hier klein beigebe. Für den Jungen, da muss ich mit dem eh noch nötigen trupfen. So. Du haust mal das Ding schon wieder drauf. Was soll das? So. Bin ich gespannt, wann unsere Wertegefährtin auch Level 31 wird. so. Nehmen wir den ganzen Rotz wieder mit. Da wieder natürlich alles durchgucken. Ob vielleicht doch was Interessantes dabei ist für uns, aber sieht jetzt nicht so aus. Ah. Drei Blobys. Fünf Blobys. Nicht genug Wut. So. Huh. Da hätte ich eigentlich das nicht mehr machen müssen. So. Bisschen mehr Schutz. Das kann ich wegwerfen, kann ich wegwerfen. So. Nichts mehr Interessantes für uns dabei. So. Bauen wir die Skorpione mal wieder zusammen. Die bringen zumindest Erfahrungspunkte. Wenn es nur ein bisschen was ist. Wie viel brauche ich denn für die nächste Stufe? 150.000. 150.000. Da ist eine Ecke hin, würde ich jetzt mal sagen. Aber die kriege ich, glaube ich, vielleicht nicht mehr zusammen. Gut, sicher kann man sich da nicht sein. Das würde sich erst am Schluss rausstellen. So. ob ich noch so weit komme oder nicht. Ich glaube es aber fast nicht. Na ja, gut. Eine Stufe vielleicht noch. Nein. Bleibst du hier. Wenn du mir schon den Scheiß antust, dann bringe ich dich um. Das ist eigentlich ein fairer Tausch. Herz der Sünde. Atmen wir ein bisschen durch. Und jetzt geht's los. Asmodan. Wir kommen. Warte mal. Umsetzen. Und jetzt geht's hier ab. Asmodan. Du bist doch nur heiße Luft. Jetzt habe ich ein Wort suchen müssen, wie ich ihn beschreiben soll. So, Asmodan. Stell dich uns! Ja, aber du kriegst den Seelenstein nicht. Für das musst du erst an uns vorbei. So kann ich hier die vier nicht richtig hernehmen. Alter! Ich glaube, ich muss aus dem Schwarzen mal raus. Was auch immer das ist. Das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Nein! Verflucht! Knapp war's. So. Wir müssen direkt mal ins Inventar gucken. Oh. Ein Amulett. Das habe ich ja total ver... Alter. Warte mal. Haben wir das noch rauf? So. Wenn ich das nicht entdeckt hätte. So. Und wie sehen denn unsere Rüstungsgegenstände aus? Ja gut, die halten schon noch ein wenig was aus. Ein, zweimal kann ich es schon noch versuchen. Aber so oft werde ich nicht brauchen. Hoffe ich jetzt. Ich will meine Fertigkeiten auch nicht anpassen. Mache ich jetzt immer ungern. So. Die Zwischensequenz, die überspringe ich da mal kurz. Okay. So. Dann geht's auf. Scheiße. Ich war jetzt ein bisschen stiller. Um hier nicht zu verrecken. die schwarzen Löcher, die ziehen wir echt was ab. Ist ja krass. Fuck. Ja, ich weiß. Deswegen will ich jetzt mal einen Heiltrank schlürfen, dass es mir wieder besser geht. sagen wir mal kurz betäubt. Schreiben wir noch kurz an, dass er verlangsamt ist. Gleich ist er hin. Stirb du. Yes. Beim zweiten Anlauf platzt er implodiert. So. Sammeln wir das ganze Zeug mal ein. Wir haben es geschafft. Schnell leer. Fang Aswodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. So. Wo sind jetzt die ganzen schicken Gegenstände hin? Ah, hier liegen sie. Nehmen wir alles rigoros mit. So. Genau aufgegangen. So. Ein Helm, den wir ausrüsten und sockeln können. So. Dann haben wir einen Säbel, der uns Leben verleiht, aber leider kein Schadensbonus. So. Wo müssen wir jetzt hin? Kehrt zur Zitadelle zurück. Ja. Nichts einfacheres als das. Äh, Tee. So. Weiter. Dann gucken wir mal, was da gesprochen wird. Aber erst einmal verkaufen wir ein bisschen Zeug. was Zeug das will man nicht brauchen können. So. So, weg, 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 weg. Achso, erst mal die mit X wieder verkaufen, dann kriegt man hier schon mal ein bisschen Übersicht hier rein. Aber nur ein bisschen. Trotzdem muss ich mir jeden Gegenstand angucken. Nicht, dass ich doch was aus Versehen verkaufe, was gut ist. Aber ich sehe hier eh fast nur rote Zahlen. So. hab jetzt einen verkauft. Scheiße, ich tepp. So, weg damit. So, mach mal deine Überhauptheit noch weiter. Ach, sprechen wir mal mit ihm. Danke, danke. So, dann gehen wir mal in die Waffenkammer. Ach, nee, was du nicht sagst, Alter. Was du nicht sagst. Hier ist keiner. Hallo. Hallo. Ein Bett. So.